jo leute was geht aber herzlich willkommen zu einem weiteren hühnerstall video heute sind wir auf der rückbank rückwand und im letzten video haben wir ja schon hier die ganzen bretter hingemacht wie man hier sieht und jetzt müssen die hier alle noch mit dieser lasur hier ein glasiert werden das heißt da muss ich jetzt brett für brett einstreichen die anderen wände sind ja schon alle eingestrichen das heißt da fehlt jetzt nur noch die wand dann würde ich sagen fangen wir mal direkt an ich mache das immer von unten nach oben ich weiß nicht warum aber ich mag es halt audio hub preview so 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 you so 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 you so you so you so you 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 ich habe das jetzt noch kurz fertig gestrichen und ja auch schon die folie weg hier sind noch ein paar stellen wo ich nicht so ganz gesehen habe die muss ich einfach noch mal streichen aber sonst finde ich sieht es doch schon ganz gut aus ich kriege jetzt irgendwie gerade nicht alles drauf aber so im großen und ganzen sieht es gut aus dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen habt einen traumhaften tag haut rein und ciao